Nein! Ey, also hab ich dich da nicht mehr bekomme! Das Verbot ist nicht erlaubt! Aua! Hahaha! Bist du dem Herbpfarrer gelaufen? Schnell hinten raus! Damit ich dich hören kann und dir deinen Kopf abschlagen kann. Und wo ist es? Packernack! Okay, connect! Okay, wir müssen jetzt noch einen Teamplayer machen! Oh nein! Oh, Rave? Oh, nice! Es ist der Rave, Jason! Nein! I can't believe you killed them! Der hat diesen coolen Terror-Radius. Oh, das ist schon mal nicht schlecht! Und jetzt noch Messer und Flair-Gun. Das wären Träumsche hier. Ey! Ich will mich nicht beschweren. Oh, komm, dann können wir aber auch für die richtige Knarre gehen, oder? Ey! Komm, dann geht doch noch ein Messer, oder? Ah, komm, nimm mal mit. Ah, komm! Ah-oh! 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 Ah! Gut equipped! Und hier etwa ein kleines Schweinchen. Jetzt will er auf Gewicht gehen, oder was? Ich bin auf der Suche von einem größten Schweinchen von allen. Tim Horus. Wenn du mir sagen kannst, wo Tim Horus das Schweinchen lebt. Ich bin grad am Kartenstand, warte. Nice! Perfekt! So. Habt ihr schon irgendwas cooles gefunden, oder so? Ähm... Ist Tim bei dir, Tamina? Nein, zum Glück nicht. Bist du alleine, oder bist du mit wem da unterwegs? Ja, ich bin allein. Ich bin im Sandpont-Trail. Dann musste er in die Richtung hier sein, Vlesk. Am Auto. Okay. Ich guck mal. Danke! Oh, was ist denn das? Das ist der Draven? Ich hoffe, da rennt keiner von mir rein. War so! Hey, Dalu, pass auf! Da ist eine Falle vorm Haus. Ah, ich bin rein gerannt! Hilf mir! Oh nein! Das ist wohl Pech, ey. Haha! Oh! Ey, ist das dein... Ah so! Du bist nicht der Killer, du kannst mir nix! Ich hab keine Angst von dir! Ah so! Nein, nein! Ich hab auch gar keine Zeit jetzt. Sorry, Dalu, ich muss leider los. Tschüss! Ich hab's eilig. Ich hab noch was vor. Hab noch Termine heute Nacht. Nimmst du mir das Übel? Oh, Dalu, du hast aber ein gruseliges Kostüm an! Und da ist ein wandelndes Skelett! Oh nein! Oh nein! Du solltest noch ein bisschen netter sein. Ich weiß nicht, ich find das nicht so nett, wie du mit mir redest. Ja, hast ja recht. Entschuldigung. Aha! Warum drehst du dich um? Weil wir gegeneinander laufen. Das ist sowieso ein Magnetenkopf. Ich hab einen knochigen Arsch. Also langsam reicht's. Also viele Skins schon wieder. Was? Ich mein wegen deinem Skins? Also jetzt müssen wir, wir müssen hier mal ein Zeichen setzen jetzt. Ja, okay, dann setz mal ein Zeichen. Da kommt Vlesk. Der zeigt jetzt was. Ich kann Tim Rosen finden. Ja, hier ist er leider auch nicht. Wir können ihm leider nicht helfen. Ja, das stimmt. Aber warte, ich guck nochmal auf die Map. Ich guck nochmal auf die Map. Ähm, in jeder der drei Hütten unten links ist noch wer. Da, Lukas. Wir können uns auch ein bisschen hier am Lagerfeuer unterhalten. Hast du ein Marshmallow dabei? Du Schmierfink. Ich werde grad von Tamina, weil alle beleidigen mich. Langsam muss ich hier, glaub ich, auch zum Jason werden. Oh. So ein gerösteter Marshmallow wäre jetzt actually richtig nett, so. Das würde ich fühlen. Oh, ich war richtig nah. Hm. Ich bin warm hier. Mhm. Möchtest du eine Lagerfeuergeschichte erzählen, da, Lukas? Erzähl du eine. Ahem, okay, warte. Es war einmal ein Blaubarsch. Der war so hässlich. Ne, ne andere, die kenne ich schon. Du hast mich in meiner Geschichte unterbrochen. Oh nein, er schießt. Oh nein, er schießt. Ach man, das war die einzige Geschichte, die ich kenne. Ja, komm wieder her. Ey, aber jetzt hast du ja gar keine Waffe mehr. Doch, ich hab noch eine. Oh, na klar, ich hab noch eine. Ja, schulde eben. Du hast noch eine in der Tasche, ne? Ach so. Wir haben ja eine Taschenlappe. Wow. Ja, aber damit sieht der Killer dich besser. Echt? Ja, ja, also wirklich. Kannst du Morse-Signale senden? Dann will ich hier noch eine Waffe. S-O-S. Aber da sieht man ja wenigstens mal was. Das stimmt. Wenn du draußen, also wenn du, also wirklich, wenn du im Wald joggst, sozusagen, dann stolperst du ja manchmal. Ich schau da. Mit der Taschenlampe nicht. Oh, icy. Aber dadurch sieht er dich halt besser. Ja, das verstehe ich. Okay, wir müssen jetzt mal irgendwas machen. Tim, Horus ist tot. Ist ja wirklich. Ja, und wir haben noch nichts gerissen jetzt gerade. Können wir das Telefon suchen? Ja, komm mit. Ich weiß, wo es ist. Ich komm mit. Ach, wisst ihr, wo die Fills-Box alles ist? Ich weiß, wo man Travis rufen kann. Das ist immer da, wo diese große Antenne im Haus ist, rechts von dir. Ja, ja, das ist auch so. Ich dachte, es geht ums Telefon. Ja, aber du bist gerade dann vorbeigelaufen. Habt ihr schon mal in den E-Mail geschaut? Da sind richtig schöne Sterne, so. Oh. Wollt ihr schöne Sterne für mich? Ich hör hier grad Retromusik. Hier hat einer ein Radio an. Ah! Ähm. Hallo. Das ist meine Lieblingsmusik. Ich hab Timoris gefunden und Timoris ist zu Speck verarbeitet worden. Und jetzt bin ich auf der Suche nach den vier restlichen Schweinchen. Okay. Mr. Jason, leider haben wir wirklich gerade gar keine Zeit. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt gerade. Warum? Ähm. Weil wir noch so viel zu tun haben. Ähm. Wir würden sie freundlich bitten, vielleicht... Nur Müll. Nur Müll hier drin wirklich. Ihre Aktivitäten aus... Die Halo-Card. Ich hab daneben geschossen. Du darfst mich nicht töten. Wie ist das Messer denn daneben geflogen? Ähm. Warte kurz. Oh! Was haben wir denn hier? Oh! Boah! Ich hab da daneben gegriffen. Beide nicht zu den guten Aim. Lass uns mal reden jetzt. Du wolltest greifen. Nein, nein, nein. Das sind die 80er. Ja. Sind wir noch da? Ja, doch. Ich muss hinten wieder raus. Hinten raus, hinten raus. Oh ja. Ja, Luca. Amina, wir haben noch nichts. Wir sind nur noch zu dritt. Ja, wir sind ein bisschen am Arsch, würde ich behaupten. Wir haben einen Stock gefunden zur Selbstverteidigung. Ich hab abgeschlossen. Der darf hier nicht rein. Warte mal, die ist ja offen. Äh, ja. Also entweder liegt irgendwas draußen rum, oder halt in den ganzen Schubladen. Da liegt immer der jahrelute Scheiß. Hm. Ja, Luca! Ja! Ich hör schon wieder Retro-Musik. Hm. Nein! Ey, also hab ich dich da nicht mehr bekomme! Das Verbot ist nicht erlaubt! Bist du ein Jack? Äh, aieieiei! Aua! Hahaha! Bist du dem Herbfalle gelaufen? Huuu! Schnell hinten raus! Wer ist eigentlich Tommy? Oh, es ist schon offen! Dankeschön, Blaisk! Gerne! Sehr, sehr gerne! Oh! Mähe ich den jetzt hier fest? Hallo! Hallo! Er lässt mich nicht in Ruhe tappen! Scheiße! Was machen wir nur? Oh! Wo war nochmal die Telefonzelle? Hast du, hast du, hast du Dingens? Ähm, den Schlüssel? Fuse! Ne, ich hab nur die Fuse! Ach Mist, ich hab Benzin ge... Oh Moment! Tamina! Ich hab den Schlüssel! Welches Auto habt ihr da repariert? Äh, das Blaue am großen Haus! Äh, am Gro... Also... Ja, Moment! In der Nähe vom Gelben, an dem... In der Nähe vom Gelben! Hier kannst du vorgehen? Ja, weil ich hab doch Benzin und Schlüssel! Oh lord! Okay, aber... Hey, ich bin da! Wohin? Hier unter! Hast du keine Karte? Ja, ich weiß nicht welches Haus, äh, welches Auto ihr da gemacht habt. Okay, du gehst vor! Ja, das untere! Ich hab nur einen Stock zur Verteidigung, ja! Danach ist hier... Jeder auf die sich... Moment, der Stock ist... Hi, Jaco! Ist OP! Damit kannst du ihn direkt stun, aber dann geht der kaputt! Ah! Ah! Flässt bitte! Hey! So nicht! Nimm das Messer aus meinem Hals! Hihihi... 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 Aui! Ja? Ich wusste ja nicht, dass du hier no-scopest! Messer... Messer für Messer! Yeah, makes sense! Ah! Tamina, wo bist du denn hin? Nervis! Tamina... Ah! Ah! Willst du mal den... Warte... Geh mal zur Vogeltränkel! Tamina, du bist super! Geh mal zur Vogeltränkel! Da kannst du einen geilen Kill machen! Mach mal bei der Vogeltränkel einen Kill! Oh! Oh weia! Reicht noch nicht! Hehehehe... Hehehe... Zu langsam! Ich kann diesmal nicht, Blaze. Das will der echt abhauen, ne? Ich muss. Ja, immerhin bist du, ey, das, ne, das finde ich nicht gut. Das Auto ist noch ab. DALU! 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 Geil! Oh, Mann, ey! Geil! Geil! Emotion! Mein Gang hat mich nicht, aber man hat mich nicht. DALU! 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 Ja, da hättest du mich auch einfach kaputt hauen können. Aber die Musik war schön, wenn du da warst. Ja, die Retro-Musik ist schön. Ja, da hättest du mich auch einfach kaputt hauen können. Vielleicht hat das nicht geklaut. Aber, danke. Scheiße, stimmt, ja. Ja, aber war lustig. Aber ich meine, du hättest ja auch einfach wegfahren können. Ge-Stufen-Aufstieg. So, Vogelbart trifft, guck. Können wir uns darauf einigen, dass wir Timurus umbringen, statt abzauern? Jaaa! Jaaa! DALU, du weißt, was zu tun ist. Das wird schwer. Von uns spielt keiner einen männlichen Charakter. Aber es ist halt Tim, ne? Ein bisschen übel als der Girl-Squatch, stimmt. Nur Jarvis könnte ihn töten. Jaaa, cool. Das rennen, das rennen auch einfach alle in ne andere Richtung, ey. Also... Gumbar! DALU, Karte hat die nämlich nicht so apprechiert. Ne, die war doof, die Geschichte. War das die mit dem hässlichen Fisch? Du bist doof, DALU, Karte. Aber DALU ist auch so jemand, der einfach mit dem Boot wegfährt und es dann auf andere Ja, das stimmt. Das ist ne Lüge. Und man konnte beim Fahren nicht mehr aussteigen. Du hast mich also eigentlich gezwungen mitzukommen. Was ne Lüge. Ich wollte, wollte Mina abholen. Und DALU hat gesagt, nö. Ich fasse jetzt weiter. Walkie Talkie Test. Ansonsten beende ich deine Karriere. Talkie Walkie. Talkie Walkie. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, die einzige, die gerade Walkie Talkies haben, sind DALU und ich, kann das sein? Hallo. Und hier ist ne Karte, wenn jemand will. Ne Karte nehm ich. Nice. Cool. Ich hab eben nen, ähm, nen Damage Melee Build gespielt für maximalen Stun-Effekt. Aber leider hat er die Chance nicht getriggert. Auch wenn ich mein Bestes gegeben hab. Danke. Ah, hier. Das ist ja mega weit weg. Das lohnt sich ja gar nicht. Hier. Hier unten ist das Auto. Oh, aber jemand hat den Schlüssel gefunden. Wir haben schon mal Benzin. Das ist echt gut. Nur leider ist das Auto auf der anderen Seite im Map. Bart hat genau dasselbe gerade gesagt. Bart, wir sollten mal hier woanders hergehen. Nee, Linda, nicht durch die Hauptführer rausgehen. Nicht durch die Hauptführer. DALU hat da ne Falle gelegt. Wieso sollte ich denn da nicht rausgehen? DALU hat da ne Falle gelegt. DALU hat da ne Falle gelegt. Ich hab die mal weggemacht für dich. Ich hab die mal weggemacht für dich. Das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Tim, was machst du jetzt hier? Hey? Hallo? Komm doch mal ab jetzt. Hey! Tim, du sollst weggehen. Ich hab ein Gewehr und ein Messer. Das bringt dir wirklich gar nichts. Meinst du? Okay. Nimm die ruhig. Du kannst den Killer ins Auge schießen und dann bist du ja blind. Ich bin mir relativ sicher. Warum machst du die Tür? Die Sterne. Ich wollte aus dem Fenster. Warte mal, hier ist alles packt gerade. Warte mal, hier hab ich die Tür zugemacht. Ja lass mich mal raus eben. Oh. Nice. Jetzt fehlt uns nur noch Öl. Oh Gott. Ich mein Benzin. Stopp. Ich hab Benzin, ich hab Benzin. Wo muss ich hin? Okay, Niklas hat die Benzin. Ich hab ne Schreckschusspistole und ich werde sie dann anwenden. Das geht nicht. Das geht. Das geht nicht. Das geht. Das geht nicht. Ich trau mich nicht. Ich geh woanders raus. Oh no. Ich geh woanders raus. Oh. Hey Leute, ich brauch ja ein bisschen Hilfe, glaub ich. Ich wär fast in diese dumme Drecksfalle gelaufen. Kann ich ja außen rumlaufen? Du bist ja. Man bist nicht. Was machst du denn da los? Siehst ganz schön bescheuert aus, wenn du da rein und raus kletterst. Ja, du bist leider nicht in meine Falle gelaufen. Ja, das war sehr knapp, muss ich sagen. Das war aber nicht schlecht. Dann nehm ich sie wieder mit. Ich hab es also verdient, mein Bein nicht zu verlieren. Ja, das ist ja super. Such mal, wen neu ist. Komm. Sag mal, bist du eigentlich Killer mit deinem Kopf oder Überlebender? Kurze Frage. Ich bin ein Überlebender. Da kommt ein Killer. Schnell. Schnell. Es ist Tim. Es ist Tim. Oh, Bruce. Nee, nee, Tim Edge. Hiiii. Warte, Tim Edge. Ja, ich seh ihn gar nicht. Komm Tunler. Komm Tunler. Komm Tunler. Timi. Ich hab schon ein Präsent kommen lassen. Ja, dann kannst du ja nochmal ein Auge tun lassen, oder? Moment, mich darfst du nicht töten, Tim. Ich muss dich töten. Nein, warte mal kurz. 50% deiner YouTube-Titel haben meinen Namen im Titel. Hey, meine auch. Lass mich leben. Scheiße. Warte, wenn du nicht tötenstuffs und viele meinen Namen im Titel schreiben. Wo ist denn Linda? Ja, das geht. Hi, na. Linda. Nein. Don't shoot me. Ich werde. Hi, na. Wer ist denn hier, hallo? Ah, Tamina. Ja. So, steigt ein. Ja. Hab ich. Die hauen mit dem Auto ab. Ne, wir haben noch einen Platz. Wir haben noch einen Platz. Echt? Ne, ich bin die mit Tamina. Ich lass Tamina nicht zurück. Tim, Tim. Was ist los? Ich hab zwar nur ein Walkie-Talkie, aber die reden wie, wir haben noch einen Platz. Ich weiß nicht, was das heißt. Ah. Ah. Dalu. Was könnte das... Wo ist denn hier? Weil, weil, weil. Dalu Cut. Hätte deine hilflose Seele. Ja, pass auf. Baso, komm her. Du bist ja Fallenkönig. Nein, nein, nein. Komm her. Tim, wir spielen ein Spiel, ja? Aber, also ehrlich jetzt. Du darfst mich töten. Das ist das Spiel. Du darfst wirklich keine... Nein, nein. Töte mich noch nicht. Du darfst mich gleich töten. Aber lass mich mal kurz raus. Du suchst dir... Wir machen uns keine Ability, Tim. Und ich versteck mich in eins der drei Zelten. Und wenn du mich findest... Das ist funny. Okay, aber mach keine Ability. Warte, lass mich doch zugucken. Ne, warte, lass mich doch zugucken. Danach kannst du mich nicht machen. Ich will zugucken. Ja, lass mich doch erst mal kurz zugucken, Mr. Jason. Warte, ich weiß, wo ich das gehe. Mr. Jason Zanderberger. Lass mich erst mal... Guck mal, ich bleib sogar hier. Ich las auch nicht weg. Okay, mach die Augen zu Tim. Ja, ich mach' ich. Ja, ich mach' ich. Nina. Ey, du guckst ja wieder hin. Oh mein, Timmy. Nein, ich guck' gar nicht hin. Ich guck' weg. Timmy, guck' mal. Guck' mal hier am Baum. Das ist ja widerlich. Oh mein, Timothy. Oh mein, Missy. Oh mein Gott. Okay, wo ist Danu? Nein, komm rein, Nina. Nina. Die Lieblingsfarbe ist blau, oder? Check' ein jetzt. Ich guck' mal in blau. Nee, wir hauen nicht, wie ich. Ich fahr auch nicht mit. Ich will Timmy raus umhauen. Hä? Das war falsch. Komm rein, Tommy. Aber geh schnell ans Auto, Tim. Die sind am Auto. Tim, die sind wirklich am Auto. Ich versuche irgendwas, um mich Tim umhauen kann. Ja, ich hab' mich schon gesehen. Oben links am Auto, Tim. Tim am Auto. Nein, nein, nein. Komm' mal. Da ist das Auto. Wo fahren die nach links oder rechts, ist die Frage. Ich brauche ein Messer. Ja. Dalo, wir kommen nach oben rechts. Ja! Scheiße. Man, da wollen wir Dalo mitnehmen, dann machen wir sowas. Haha, Malle. Och nee. Och nee. Bart, geht's dir gut? Äh, ja, also, Tim ist jetzt halt hier. Weil Dalo ihn hergebracht hat. Gar nicht, hab' ihm gesagt, ihr seid oben links. Oh Gott. Oh Gott. Wer ist das? Oh. Oh mein Gott, ich kann nicht gucken. Mhm. Ja, wir haben getan, was wir konnten. Aber es ist halt auch einfach schwierig im Leben. Naja. Ja, ich geh' auf die Knie, ne? Bart, nein! Ganz vorsichtig, leg' mich hin, danke. Ah. Ja, fahr! Holt mich ab, Leute! Ich hab' keine Karte, doch! Ja! Nee! Vielleicht! Ich will ne Karte haben. Was passiert hier? Du hast doch keine Karte? Nö. Oh no. Nee. Hier liegt eine. Hier wo ich bin, ist eine. Komm mal zurück, bist du noch hier? Was war ich doch gerade? Wir sollen zurückkommen zu Tamina, die hat ne Karte. Ne, 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 alles gut. Es geht nur um ne Karte für Blast. Achso, achso. Don't care about me. Was zählt ist die Mission. Weiß du noch nicht, wo wir lang müssen? Hier ist sie. Wo? Ich will eigentlich, dass er noch mal herkommt. Ich möchte noch einen fehlenden Kampf. Warte, können wir ja einsteigen noch? Ihr seid zweit, oder? Ja, ja, ja. Ihr könnt noch einsteigen. Ja, steigen wir ein. Ihr müsst uns so finden. Ne, ihr fahrt gerade an uns vorbei. Ihr fahrt gerade an uns vorbei. Wir fahren gerade an. Wir können Tamina und Wester mitnehmen. Pff. Oh. Ist das Auto kaputt? Alles gut. Okay, Moment. Nein! Er soll noch mal herkommt. Lass noch mal an, lass noch mal an. Kill ich mich jetzt selbst, ist die Frage. Ja. Warum mich? So rein. Ach, ne. Ach, scheiße. Du kannst die Tür nicht allein, also du kannst die Tür nicht leise aufmachen. Er geht immer, aber das ist nicht schlimm. Jawoll. Ich will ja eh sterben. Also, ich will ja eh noch ein Spiel mit ihm spielen. Er darf mich nur nicht töten. Oh. Oh, was passiert hier? Schick ihn danach nochmal zum Lagerfeuer, bitte, wenn er euch getötet hat. Oh, warte, 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 warte. Oh, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Verprügelt die Sau. Nein, 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 hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Scheiße, muss ich hier. Leo, du fliegst weg. Ich glaube dadurch, dass ich verletzt bin, bin ich zu laut. Oh, die Polizei ist direkt bei uns. Ja. Die Polizei ist bei uns. Wo müssen wir hin? Die Polizei ist direkt bei uns auf der Seite, wo das Auto ist. Es geht zum Ausgang. Ja, einfach in Fahrterrichtung. Was zur Hölle? Schick ihn noch zu mir zum Lagerfeuer unten rechts. Ähm. 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 Ääh. Shit, ich hätte mich doch nicht verletzen dürfen, ich hätte wirklich einfach den Zeit nehmen sollen, um außenrum zu gehen vom Käse. Hat den irgendwer noch zu mir geschickt von euch? Tim! Nicht töten, kurz, nicht töten! Ja, willst du mir denn dir ein Zelt aussuchen? Genau, best of three. Aber du musst aber auch vorher wirklich sagen, welche Farben, weil ich glaube, du hörst mich, okay? Okay, ich mache Abendschuhe. Gib mir zehn Sekunden. Okay, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich komme! Okay, Herr Blau. Äh, Blau ist ja immer gut. Ne, das ist falsch. Ne, das stimmt nicht. Hey, Tim. Ich spiele Verstecken mit Dalu. Da bin ich gar nicht drin. Oh, du, aua. Warte mal, was ist denn das? Ist das ein Tier, ist das ein Reh? Aua, Tim. Oder ist das ein Bär? Ist ein Bär, ein starker Bär. Das hat wehgetan. Oh, no. Let's go. Du gestorben. Du gestorben. Überlebt. Damn, war das Bude. Alter. Mommy is proud of you, Jesus. But it's time to come home. Okay, Verstecken war eine gute Idee. Einfach Punkt finde ich um 21 Uhr. Hochlandung. Jetzt müssen wir alle schnell all der vier. Ja. Wo ist das Bude? Ja. Ich glaube, Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020